Hallöchen! Ich durfte mir schon den neuen Film von Disney Pixar Luca angucken. Der läuft nämlich ab dem 18.06. auf Disney Plus und keine versteckten Kosten diesmal, kein VIP-Zugang, nichts, nada nischt. Für alle Disney Plus Abonnenten ist dieser Film ab 18.06. frei verfügbar. Der Film hat eine Lauflänge von ca. 95 Minuten und jetzt will ich euch nur mal kurz was zur Story des Films verklickern. Hauptschauplatz des Films ist ein kleiner Küstenort an der italienischen Riviera. Hier erlebt der kleine Luca zusammen mit seinem besten Freund den Sommer seines Lebens voller Eis, Pasta und Vespa fahren. Doch über all dem Spaß liegt ein tiefes Geheimnis. Die beiden sind Seemonster aus einer Welt, die unterhalb des Meeres liegt und ausgerechnet das Dörfchen, das sie sich ausgesucht haben, um an Land zu gehen, ist ja eher so dafür bekannt, Seeungeheuer zu jagen. Also im Prinzip ist das Ganze eine ziemlich spannende Geschichte, besonders für die kleineren Zuschauer. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter ausschweife, ich möchte zum Film auch nicht viel spoilern. Es wird übrigens wieder ein Linas Filmecke gemeinsam mit meiner Tochter erscheinen, jetzt die Tage, also bleibt dran. Da wird sie mal so ein bisschen euch erzählen, wie sie den Film fand. Und aber jetzt komme ich erst mal zu den für mich Minuspunkten des Films. Die kann man allerdings auch an einer Hand abzählen. Ja, also der Humor, der in dem Film war, der hat ja nicht so immer gezündet. Manchmal hat man so gedacht, ja okay, das war jetzt also witzig, bitte lachen Sie jetzt. Und auch so die erste halbe Stunde des Films, die fand ich so ein bisschen langatmig. Ich hatte zwar ein paar interessante und auch spannende Momente und auch so ein bisschen witzig, aber so summa summarum muss ich sagen, hätte man da ein bisschen Zeit kürzen können. Dann komme ich auch schon auch zu den Pluspunkten des Films, also was mir richtig gut gefallen hat. Natürlich, man ist es ja inzwischen trotzdem gewohnt, aber ich finde es immer wieder erwähnenswert. Also Pixar ist ja wirklich eines der Animationsstudios, die richtig gute Animationen hinbekommen. Auch hier, dieser Film macht keine Ausnahmen. Die Animationsentwickler richtig, richtig, richtig toll geworden. Der Film ist natürlich genau auf die Zielgruppe, also auf die jüngeren Kinder angepasst, was man den Film natürlich auch als Erwachsenen negativ ansehen könnte. Aber ich tue es nicht, wenn man sich darauf einlässt, auch auf dieses Niveau der kindlichen Erzählweise, dann hat man in diesem Film wirklich auch seinen Spaß. Von daher für mich ein Pluspunkt. Auch das Drama, was zwischendurch in diesem Film hier vorkommt und auch hervorgehoben wird, das ist wirklich kindgerecht umgesetzt, sodass Kinder, auch die jüngeren Kinder, das nachvollziehen und verstehen und miterleben können. Was ich auch mega lustig fand in diesem Film, war der Kater. Der hatte zwar nicht viele Szenen, aber die, die er hatte, die waren wirklich sehr, sehr cool und das hat mir wirklich, fand ich, fand ich besonders hervorhebenswert an dieser Stelle. Und ja, weiterer Pluspunkt, der Schluss, der war nochmal richtig schön spannend, obwohl eigentlich ja klar ist, wie so ein Disney- und Pixar-Film ja ausgeht. Dennoch war der Weg dahin, zum Teil wirklich das Finale, war schon spannend und teilweise auch dramatisch umgesetzt. Den Schluss, den fand ich auch ganz cool. Ich denke, ich kann es sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, weil es ist ja nun mal ein Disney-Pixar-Film, also es ist wirklich ein rührendes Happy End hier in diesem Film und das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ja, der Film reißt natürlich auch viele gesellschaftskritische Themen an. Mag jetzt ein bisschen komisch klingen, dass ich hier bei einem Kinderfilm darüber rede. Als da wäre zum Beispiel der Umgang mit Vorurteilen, ist ja so, dass hier die Menschen Angst vor Seemonstern haben und diese auch jagen und andererseits die Seeungeheuer wiederum die Menschen für Landungeheuer halten. Also es sind so Vorurteile, die gegenseitig hier herrschen. Und ja, der Film zeigt auch, wie man mit Vorurteilen umgehen kann. Großes Thema hier ist auch die Überwindung von Ängsten. Das hat nicht nur mit den Hauptcharakteren, Luca, seinen Freunden und so zu tun, seien es auch was Eltern betrifft. Das fand ich auch sehr, 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 sehr gut umgesetzt. Aber auch Themen so wie Freundschaft und Familie und Vertrauen sind hier sehr, ja, gut kindgerecht und gut verständlich umgesetzt. Ach ja, übrigens, es gibt eine Post-Credit-Scene. Also nach dem Abspann kommt noch eine kurze Szene. Das heißt kurz, die geht glaube ich ungefähr eine halbe Minute oder so. Da könnt ihr, also ist auch ganz nett. Ja, und damit komme ich jetzt schon zum Fazit. Also Luca ist vom technischen Stand her wirklich wieder mal top. Also ja, man kennt es halt von Pixar nicht anders. Was soll man da noch sagen? Aber auch so die Message im Film, beziehungsweise die Themen, die er hier behandelt, die sind so, ja nicht unbedingt so direkt, werden sie dann draufgeknallt, aber sind trotzdem vorhanden. Und auch da, das fand ich sehr gut gelungen. Also jetzt wirklich gute Unterhaltung, aber andererseits hat man von Disney und Pixar schon bessere Filme gesehen, ja. Jedoch für die Kleinen ist es wirklich gut, wirklich toll umgesetzt. Und ich würde dem Film so gut gemeinte 6,5 bis 7 von 10 möglichen Punkten geben. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus. Sag den Satz. Was stimmt nicht mit dir, Stupido? Oh! Ich helfeiert mich! Vielen Dank.